Tag auch, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich bin Roger Ornay, mein Gast heute ist Serdar Somuncu. Kann man den Nachnamen auch buchstabieren? Den kann man buchstabieren, aber Sie haben es schon gelernt. Seit der letzten Sendung, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe immer gedacht, nicht Somunku, das ist die rumänische Form, Somuncu. Dass so einer wie Sie nachts an mich denkt, das macht mir ein bisschen Angst.